Wir sind überwältigt, wir sind mega überrascht, gell? Auch Sie. Sprachlos! Völlig überwältigt. Wir haben nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Deswegen ist es natürlich umso besser. Also, ich freue mich mega, wirklich. Fantastisch, fantastisch. Überwältigt von den Emotionen. Harte Arbeit gewesen und stolz auf das ganze Team. Wir haben natürlich gewonnen. Best of Swiss Gastro, erste Preis. Ich glaube, das braucht nicht mehr zu sagen dazu. Da passt nicht mehr zu ihm. Wir sind unab � welcome. Oder ich würde gerne hinweg in einen Monatoren. Vielen Dank.